Ich hab sie an. Da hab ich meine Brücken jetzt... Oh, 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 bist du... Oh, ja. Jetzt bin ich total leise. Ihr seid alle hier? Hallo. Wir können ja zurückkommen. Oh ja. Jetzt bist du total leise, so. Wart, ihr habt einen Kübel in der Hand. Ich schipp das Wasser weg. Außen mehr. Außen mehr? Ich hab das Wasser weg. Ah, das Meer leer. Wasserwehr? Feuerwehr? Da ist ein Schwein. Seid ihr noch im Wasser? Nein, ich bin auf der Insel, da ist das Schwein, ich verfolgs. Ai, 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 ai. Ich hab's getötet. Es geht nicht mehr essen. Ja, das... Doch, das müsste eigentlich was geben. Oh, Flachenfluss. Leute, kommt ihr an Bord? Gut, wir wollten vielleicht den Skelettkopf noch machen. Alle Frauen an Bord. Der Anker ist oben. Alle wären an Bord, nur nicht Mona, die hat Corona. Hallo, sowas wollen wir hier nicht hören. Du weißt schon, was Twitch-Streamer wegen sowas gebannt worden sind. Hallo. Echt jetzt? Ja. Da war's da Twitch-Streamerin, die hat Scherz über Corona gemacht und dann haben sie sie gebannt. Ja gut, das ist aber auch... Ja gut, das stimmt schon, diese Hysterie ist ansteckend. Also, man kann auch übertreiben, aber ich verstehe auch je nachdem, was für Witze das waren. Was kann denn Corona dafür? Die machen ja nur Bier. Das ist immer so. Da hast du halt die Qualität abgenommen. Ja, die Qualität von Corona-Bier ist nicht gut, aber... Beschwerden über Corona-Witze und die Qualität von Corona-Bier bitte an den Kanal. Darowit Records. In Tirol. Mitten im Quarantäne-Gebiet. Ich weiß, um was es geht. Flo, bist du an Bord? Ich bin an Bord und stehe gerade unter Deck. Leben am Limit in Tirol. Wir sind nach rechts, Piet, gell? Ja, ich lenke schon nach rechts. Hey, Robert. Piet, rechts, Piet dahin! Mach das! Robert, du kannst mir mal... Robert, du kannst mir mal ein paar Sachen schicken aus Deutschland. Geht das? Wie? Schick mir mal ein Rosiner-Bier bitte. Ah, okay. Mit was? Ach so, ich habe Rosinen-Bier verstanden. Rosiner-Bier. Ja, ich möchte gerne mit dir Rosinen. Da, da, hey. Das ist mir mal in unserem, äh, Dings. Kompass. Vorsicht, da vorne ist's! Links, 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 links! Ich geh wieder in Deck, das Elend, guck ich mir. Du bist schon, äh, gut, links ist in Atmen. Piet, jetzt lernst du steuern. Aber der Kompass funktioniert nicht. Und es ist viel laut. Ich muss es leise stellen. Ich weiß, wir sind gerade unter Deck, deswegen. Wir flicken. Dann flickt's mal. Du meinst, wir flixen. Hier ist noch was kaputt gegangen. Aber das ist doch nicht wegen mir. Unsere Würde. Oh, oh. Oh, oh, Flo. Ja? Wir haben bald keine Bretter mehr. Am besten mal irgendeine Insel ansteuern. Bin schon unterwegs? Na gut, okay. Schräglage ist für ein Schiff nicht gut, ich will's nur mal gesagt haben. Also, so jedenfalls ist nicht gesund. Piet, schaffst du es da rüber zu dem Totenkopfschädel auf die andere Seite der Insel? Natürlich, easy, der ist vor allem hier der Totenkopf. Robert, hast du gerade das Wasser wieder ins Schädel gefunden? Ich hätte das Wasser wieder aufschädelt. Robert? Das Wasser muss raus. Robert, du musst der Professioneller von uns hier sein. Betrini erkennt gerne nicht was los. Robert, hast du eigentlich auch einen Kanal? Nein. Er wollte schon mal anfangen mit YouTube und Let's Plays, aber er hat dann irgendwie schon zu faul. Aber Robert, Twitch wär was für dich. Twitch, da musst du nicht viel machen. Guck dir den Piet an, sogar der hat Erfolg. Eben. Du musst nur da sein. So einfach ist das manchmal. Okay, Leute. Macht's euch bereit. Du musst die Leute ja nicht nur zu halten. Die Musik gefällt mir nicht. Piet? Hm? Es gibt eine Stelle, die ist jetzt gerade links vor uns. Das ist die Rückseite der Insel, da kann uns nichts treffen. Versucht da zu halten. Das sind die Typen, die wir eben versenkt haben. Die kommen gerade auf uns zu. Shit. Alles klar. Ich glaub, die wollen Rache. Okay. Aber die sind nur zu zweit. Ja, aber sie haben nicht dich als Steuermann. Die haben schön links immer schön. Ich bin schon froh links. Weiter links geht nicht. Piet kann nicht besser. Aber okay, okay, okay. Piet kann nicht besser. Hallo? So, wir holen uns jetzt das Schiff bei den Kleinen da. Komms. Los jetzt. Flo, auf zu den Kleinen da. Wieso ich? Ja, weil du. Macht's euch bereits. Was machst du? Lass den Anker los. Ich bin zu deppert. Hm. Mein Gott. Uns zieht's. Alles klein. Ja, wenn irgend so voll liegt, würde ich was nicht helfen. Das war ich, sorry. Ja, ja. Ich wollte eigentlich ein bisschen helfen, drum rum zu fahren und dann habe ich vergessen raus zu fahren. Alles klar. Schau mal, jetzt haben wir sie voll versandt. Jetzt haben wir alles versandt. Alex, das vergessen rauszunehmen, das kann ganz bös enden in neun Monaten. Eben, das weißt du. Du musst, du musst rausziehen, bevor es losgeht. Okay, okay, okay. Ähm. Segel hoch, Segel hoch kurz. Damit wir ein bisschen besser drehen können, damit der Piet besser drehen kann. Oha. Da kommt was von oben. Geiler Schuss, muss man sagen. Der trifft sogar, oder? Der trifft! Wo denn? Oh nein, aber knapp daneben. Flo? Ja? Ja? Gibt's irgendwo was, wo ich Punkt investieren kann, dass du im großen Ding... Nein, das mache ich auch so. Das mache ich kostenlos. Okay, warte. Okay. Alle an die Segel und dann hauen wir gleich mal die Segel runter, damit Piet die so gut anfahren kann. Flo geht ans vordere Segel, Robert ans mittlere, ich bin hinten. Passt jetzt auch, passt auch gerade zum Spiel. Okay. Gerade. Gerade. Warum dringest du nicht? Von rum? Fahr rechts rum, fahr rechts rum. Wird grad von rum sprechen. Ah, da ist hier nix rein, Flo. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Flo, das ist ja... Das ist ja... Hallo, bist du ein Mädchen oder so? Segel runter. Hallo? Vollgas. Ich mein... Flo hat wieder geschlafen. Du schaust fast aus wie eine fertige Lady, ja? Flo, du solltest an das vordere Segel. Achso. Fahr rechts rum, fahr rechts rum, fahr rechts rum. Was soll ich machen? Segel hoch, runter. Piet, fahr rechts rum, fahr rechts rum. Nein, alles gut jetzt. Alles gut. Wir haben es schon geschafft. Fahr rechts rum. Wir... Wir versuchen die... Wir versuchen auf diesen blinden Fleck zu fahren. Die haben äh... Angelegt. Ja. Und die Kanonen schießen wieder. Alles okay. Segel hoch. Alle drei. Flo, mach du vorne. Damit der Piet... Schön drum herum fahren kann. Aber nicht ganz so, oder? Und jetzt bitte ohne, ohne die... Noch höher, noch höher, Flo. Hör, 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 hör. Okay. Und jetzt, Piet, schlag schön links ein. Jetzt hast du... Jetzt hast du alle Zeit der Welt. Ist alles gut. Wir fahren auf dem blinden Fleck zu. Hier würde man gerne nur YouTube einhauen. So einen... So einen Piraten-Sound. Geht das? Hab ich Zeit? Ja, hab ich. Okay. Piet, weiter links, 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 weiter links. Komm dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Vorsicht! Da drinnen! Da unten! Fuck! Ich repariere schon. Shit, 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 shit! Piet, Vorsicht! Die kommen mit nem... Die kommen mit nem Fass zu uns! Nein! Doch! Scheiße! Das explodiert! Schieß doch, schieß doch! Ich hab's nicht geschafft. Er ist gestorben. Aber uns hat's wahrscheinlich getroffen. Wir haben zwei Löcher. Ich hab hier noch ein Fass. Unter Wasser. Ich nehm das und platziere das bei denen. Und jag die weg. Sollen wir es uns rum? Oh, shit, wir haben hier mehr Löcher. Entschuldigung. Da unten sind noch welche. Kümmert euch drum. Ich bin dabei. Ich bin auf der Insel. Ich bin auf der Insel. Ich brauch einer, der Wasser schöpft. Ich hab die Löcher gleich zu. Ich komme. Wo vor ihn? Versuch wieder zurück zur Insel zu fahren. Okay. Wow. Die treffen uns. Ich bin wie gesagt auf der Insel. Neue Löcher, neue Löcher, neue Löcher. Die schießt uns vor der T- Ja, ich mach sie zu. Mach das Wasser raus, ich mach zu. Da kommt schon wieder eine Kanonenkugel. Die hauen ab. Ich kümmere mich um die, ich kümmere mich um die, äh, Schützen hier. Oh, fuck. Die holen wir eh nicht mal ein. Die sind viel zu weit weg. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich bin gerade auf der Insel und kämpfe gegen die Skelette, damit die nicht mal schießen. Ich weiß aber, solange die Segler um sind, holen wir die Kleinen nie ein. Alles gut. Die fahren auch weg gerade. Hey, du musst einfach rudern. Shit, ich hab nichts zu essen da. Die hauen ab. Das wollen wir trinken, sieben Tage lang. Shit, hier ist nichts zu essen. Das ist ein Sprengfass. Okay, die fahren um die Insel herum. Ich seh die nämlich gerade. Alles okay. Leute, ihr könnt auch anhalten jetzt. Die Skelette haben die gerade im Visier. Oh, nicht ganz. Wow! Wow! Ich bin tot, scheiße. Ich hatte halt kein Essen dabei. Links rum, Piet. Wart, wart, wart. Die ist ja links rum. Die kommen von hinten. Die ist ja fast voll eingeschlagen. Oh, die klappen von hinten. Ja, die kommen von hinten. Ich muss euch gerade mal zuschauen. Sehr schön. Der Flo schießt schon mit dem Snipergewehr. Aber voll daneben? Ja, egal. Aber immerhin. Ist schon mal ein guter Anfang. Ja, ich mache die Segeln ein bisschen länger, dass wir ein bisschen an Geschwindigkeit gewinnen. Wow! Ich komme gerade rein und auf einmal fliegt alles um die Ohren. Leute, ich spring mal runter. Alles klar. Ich habe Brandbomben. Gut. Ich brauche Essen. Ich muss Essen mitnehmen. Links, gell? Komplett links. Ja, ja. Viel weiter. Ein bisschen gehen. Fuck, Alter! Wow! Hat mich das gerade getroffen. Ich mache gerade zu. Es kommt noch kein Wasser rein. So, erst, zweite Etage. Okay. Pete? Hm? Wenn du ganz links einschlägst, setzen wir den Anker und danach gibt es volle Breitseite. Jetzt müsste man ankeinen. Robert? Komm mal runter. Komm mal runter. Geh an die Kanone. Ich hau rein. Und jetzt Feuer frei. Oh, zu stark. Zu stark. Fuck. Okay. Hoch mit dem Ding. Aber wir können jetzt auch gleich rüber trainieren. Ja. Flo? Was machst du? Ja. Ja, ich bin knapp daneben. Ja, das ist normal. Ja, ich sehe es gerade. Im Stream. Es reicht für Brandbomben. Äh, bei uns ist jemand. Fuck, der zündet das Ding. Oh nein. Fuck, ich bin tot. Alles okay? Ich bin da. Ist der da? Ich bin unten, aber unser Schiff läuft superschnell voll. Ich brauche jemanden unten. Ich muss zurückschwimmen. Was muss ich machen? Äh, du musst schnell rausschippen. Alles rausschippen, was du kannst. Shit, wir gehen gerade mega unter. Gerne. Wieso brennt? Wieso brennt es denn unter Wasser? Äh, warum? Ja, das ist eine gute Frage. Shit. Wir gehen unter. Was du mir denkst vor? Hallo? Robert? Ich bin tot. Ja, der Robert ist leider tot. Ich hätte den Penner erwischt. Einmal löschen. Ich komme nicht schnell genug hin und hergeschwindet. Tut mir leid. Ja, dann warte auf einen Punkt. Ja, ich suche einen. Der ist ganz woanders. Ich bin wieder da. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Ich lösche. Ja. So, die holen wir uns jetzt. Für das holen wir uns jetzt. Alter, dafür gibt es noch mehr. Ich bin auch gleich wieder da. Das gibt Rache. Ich bin schon wieder im Steuer. Perfekt. Wo sind sie? Wir haben noch zwei Bretter, gell? Noch so ein Angriff werden wir sicherlich nicht. Ich habe noch fünf Stück. Hier kommt irgendwo Wasser rein. Wasser kommt rein. Ich habe schon lange. Der Anker ist ja noch... Ja, der Anker ist oben, perfekt. Nein, der brennt. Irgendwie fühlt sich irgendwas brennt hier noch, ne? Wir haben noch ein Leck unten. Ein Leck haben wir noch unten. Ja. Habt ihr noch Bretter? Nein. Keiße. Gut, dann kommen wir zurück. Ansonsten, ich habe noch fünf Bretter. Wir haben noch. Wir haben noch. Wir haben noch. Da haben wir noch. Ich mach schnell. Okay, weil dann... Es kann sein, dass... Ist zu, ist zu, ist zu, ist zu. Okay, passt. Alles klar, alles klar. Ich kann ihn vielleicht abfangen. Darüber, du brennst. Ja, ja. Musst du die machen. Äh, wir müssen dich löschen. Ich lösche dich, lösche dich, weil ich komme. Lösch alles, was brennt. So gut es geht. Wasser haben wir genug unten. Ah, die Kajüte bereits. Wie redest du den anderen? Die anderen sind hinter uns, da. Eine Frage. Wenn die... Wenn die quatschen. Fahr um den Berg hier links. Ja, dann was? Kann sein, dass ich sie höre? Ja. Gut. Das sind, glaube ich, Koreaner. So, wie sich das anhört. Oh, dann haben wir auch keine Chance. Wir haben keine Chance. Das sind Koreaner. Es klingt koreanisch. Warte mal, ich fühle mich ein bisschen krank. Okay, ich komme zurück. Ich komme zurück. Okay, wir haben keine Bretter mehr. Nichts. Egal, wir haben Kanonen. Aber, wenn die uns treffen? Ich habe noch fünf Bretter. Ich schwimme gerade. Ich bin gleich da. Ha, warte mal. Die haben angelegt. Die haben angelegt. Perfekt. Ey, ich habe gerade den Fluch der Karibik-Sand drin. Jetzt geht es ab. Jetzt ist es so richtig in Stimmung. Guck mal, da rechts sind wir untergegangen. Da rechts ist ein Segelboot. Gib mal rechts Gas. Ich hole das. Oder weißt du was? Wo ist das Ding? Da. Alles klar. Sie haben mich gesehen. Ja, einer hat gesagt, das heißt, da hinten schwimmt so ein Depp. Ähm, wohin, wohin, wohin? Ich bin da. Nein, ich habe mich gerade rüber geschossen. Versuch wieder zurück zur Insel zu kommen. Das schaffen wir. Sie haben ein Segel gesetzt. Sie kommen Richtung zu uns. Geht es an die Kanonen? Geht es an die Kanonen. Sie segeln genau auf uns zu. Ähm. Ladies, seid ihr noch wo? Ja, ich bin noch da. Haha. Ich habe sie in Flammen gesetzt. Perfekt. Flo, ich hole dich mit dem Ruderboot. Nein, brauchst du nicht. Da ist eine Sirene vor mir. Oh, scheiße. Ich habe das Ruderboot geholt. Egal, ich komme. So. Ich glaube, ich schaffe das nicht da umdienst. Genau, seid ihr. Das war, da. Jetzt geht es uns von nicht raus. Jetzt geht es uns von nicht raus. Jetzt geht es uns von nicht raus. Getroffen. Gut getroffen. Raus jetzt lasst du den Anker. Bin da, ich bin da. Ich bin da. Ja. Da hast du Anker wieder drauf. Rauch mit dem Anker. Geht schon dabei. Geht schon dabei. Geht schon dabei. Also, fünf Ritter habe ich wohl. Du hast da raus. Da kommt noch ein zweites Schiff. Es sind drei Schiffe jetzt hier. Mit uns. Und hinter euch sind gerade Sachen. Oh, Einschlag. Ja, ich muss die Anker aufziehen. Aber es dauert. Gut, ich kümmere mich um die Einschläge. Hinter euch sind gerade noch Möwen. Ich hole die mal. Ich bin mit einem Ruderboot unterwegs. Was sollen wir mit Möwen? Wir können sie schießen. Ach so. Wir können ihnen die Feindkrippe geben und zum Feind schicken. Das ist ein Langatmengitakt. Die gebe ich zu, aber die funktioniert vielleicht. Ja. Leute, wir werden beschossen. Hau mal, da. Robert, der Anker ist immer noch nicht oben. Doch, ist er. Nein. Scheiße, der war doch. Arme mit fähigen Männern. Weiß ich was. Alter, wir haben in diesem Scheiß-Ding so viele Sachen noch. Boah, nee, ey. In diesem Scheiß-Ruderboot. Und ich habe hier jede Menge Kisten, aber die werde ich nicht mitnehmen wegen denen. Ich habe leider aber noch keine Bretter gefunden. Alles klar, da sitze ich hin. Da vorne ist ein etwas größeres Schiff. Ja. Die hinter uns sind bald wieder hinter uns. Die sind bald wieder hinter uns. Ich bin gerade hinter euch. Ich bin gerade hinter euch. Ich wollte doch links. Ja, aber wie gesagt, ich habe einen Quatschen gehört. Das ist, äh, ja. Die hört man nur, wenn sie in einer gewissen Reichweite sind. Vielleicht wollte er gerade von unten kommen. Keine Ahnung. Ja. Das könnte sein. Aber wo sind sie jetzt? Leute, ich habe Loot. Hier haben wir alles Mögliche gelootet. Ich habe aber eine Sache nicht. Bretter. Bretter. Drei habe ich. Es reicht. Wir reißen die Weltherrschaft um uns mit drei Brettern. Alles klar. Naja, eigentlich sind es sechs, weil ich habe auch noch drei. Sechs. Sechs ist Bretter. Wo soll ich denn hinfahren? Äh, ich komme zu euch. Meinst du, du holst uns mit dem Ruderboot ein? Bestimmt. Ich wette mit euch, das ist schneller. Okay, ich sorg für Stimmung. Ich bin links von euch. Ich komme gerade auf euch zu. Ja, ich rudere gerade auf euch zu. Ihr müsstet mich sehen. Ja, da ist er. Da ist er. Da ist er. Ramp mich nicht. Ramp mich nicht. Achtung, Anker. Na, warte. Wie schafft es, wir zusammen nehmen? Da ist er. Untertitelung. BR 2018